Minus 2800 ne? Jawoll. Ich bin fertig mit meinem Haus, da ist jetzt ein Dach. Cool. Soll ich da noch so ein Vordach hinmachen? Meinetwegen gern. Wie wär's, wenn ihr ihn nur bauen würdet, wenn wir aufnehmen? Ja, ja. Ich lauf auch nur zurück. Es geht dir nur um das Vordach. Oh Gott. Musst du dann jetzt los, Davidson? Ja, ich würde es gern losgehen. Ist es okay, wenn wir noch ein bisschen hier bauen? Also mit Aufnahme. Ja, ich hab' gesagt, voll blöd bin ich. Es ist immer voll blöd, dass ihr immer aufnehmen wollt, wenn ich mal nicht kann. Das ist immer, keine Ahnung, ich fand das zwar zwei Folgen. Sehr schwierig. Tja. Naja. Ich frag mich sowieso, warum ich hier eigentlich noch mitmache. Genau. Weil wenn ich nicht da bin, nimmt er sowieso ohne mich auf. So, wenn ich mal nicht kann. Es ist halt einfach schwierig, dass man einen Termin findet, wo alle Zeit haben. Und ich mein', ich kann jetzt ständig sagen, oh Mensch, dann kommen halt mal drei Wochen keine Videos, weil nix passiert. Und entweder ist dann Bernd irgendwo, oder du reagierst gar nicht, oder keine Ahnung, und dann sitzen wir da und denken uns, ja, nice. Sorry, dass ich wieder im Krankenhaus war. Ja, es geht ja jetzt nicht unbedingt darum, sondern jetzt schon längere Zeit. Ja, morgen, morgen wieder gern. Morgen in der Arbeit. Ich nehme mir mal nichts vor und dann können wir ganz, ganz fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Parts aufnehmen. Von mir aus. Also dann wird Bernd aber bestimmt wieder nicht können. Ja, solange Bernd halt kann. Wenn er morgen kann. Ja, ja, gut wohl. Was? Mal kein Schach? Mal kein Poker? Das ist Sonntag. Nee, das ist Sonntag. So. Schach ist Sonntag. Also Poker ist Sonntag und Schach ist Samstag, alles klar. Und was? Wann ist Fußball? Donnerstag. Was? Schule ist Freitag. War das Eishockey? Das spiele ich nicht. Vorher gesagt, Stefan spielt Bernd Eishockey. Hätte er sein können. Und dann normalerweise ist es Montag und Mittwoch Artikel schreiben für Sammas Inn. Und alle zwei Wochen habe ich Dienstags auch Schule. Also quasi hast du alle zwei Wochen Dienstagzeit. So ungefähr. Oh wow. Wie kann man in meinem Leben? Ich bin viel zu stressig, ey. Ganz ehrlich. Einfach mit dir Sachen auf einmal zu machen. Und dabei muss ich dann auch einkaufen, kochen und aufräumen und lernen, weil ich ja Abi mache. All diese ekligen Dinge, die werden... Nachhilfe vorbereiten. Und mit drei verschiedenen Gruppen irgendwie versuchen zu spielen. Und mit Max kommunizieren. Ja, das mache ich ja Sonntag. Und mit Lennart. Also... Ja. Oh, Max. Er hat über meinen Witz gelacht. Oh mein Gott. Ach ja, Leute. Bernd und Max kennen sich. Ist das nicht aufregend? Der hat gesprochen. Das ist so aufregend. Wenn ihr gerade von Max' Channel kommt. Hallo. Hm. Wohl eher nicht. Ich trage die ganze Zeit keine Rüstung, damit man meinen coolen Skin sieht. Aber man sieht meinen Skin ja gar nicht, weil ich aufnehme. Ich spiele jetzt nur noch im F5-Modus. Wow. Hilfe. Hilfe. Nein. Ich fand die alten besser. Klaus ist weg. Ich war es nicht. Klaus Nummer 2 ist weg. Och Mensch. Das gibt es doch gar nicht. Ey, verschwinden vielleicht im Grunde eine Weile. Vielleicht sind sie nur begrenzt. Seid da. Vielleicht müssen Monster in ihr spawnen oder sowas. Wo habe ich denn den hingemacht? Nee, der erste hieß Uwe. Uwe, er entschwand. Folge 67. Und Klaus ist jetzt auch noch entschwunden. Mann, oh. So muss man ein neues Grab machen, ne? Ja, ich such gerade ein Schild. Mann. Cool, das war so gut aus. Dankeschön. Da bin ich gebast. Wollen wir hier mal eine Brücke rüber machen? Wo denn? Wir können ja auch mal irgendein richtig cooles Gruppenprojekt machen. Können wir gerne machen. Können wir was Großes bauen. Können wir uns ja morgen mal drüber sprechen, was wir machen könnten? Äh, Klaus. Er entschwand. Zwischenfolge. Zwischenfolge das und das. So passt es da hin, aber da. Achso, da habe ich keine Strichlein gemacht. Alles klar. Strichlein? Ja. Entschwand. Schreib mal das mit T oder mit D, mit D, ne? Ja. Folge. 80. So, Franzi, die gute Nachricht ist, jetzt wo ich wieder da bin, habe ich sehr ganz viel Kram für die Kiste. Wir haben nur noch einen, einen freien Grabstein. Das heißt, wir müssen bald einen neuen Friedhof bauen. Und die Brücke. Wo willst du denn eine Brücke machen? Ja, von deinem coolen Haus zu dem nächsten Berg. Achso. Da kannst du eine Brücke machen. Okay. Hä, die Kiste ist doch gar nicht, die ist doch leer. Ja. Ja, ha. Ja, ha. Ja, ha. Ja, kommt der noch. Oh. Wieso tust du das? So, okay. Also, morgen nach der Arbeit nehmen wir drum ein bisschen auf, okay? Hm. Ich bin also so zocker um 19 Uhr zahrelang. Was bist du? Ich bin jetzt willkommen 19 Uhr zahrelang. Ich bin 19 Uhr und bin ich alles damit einfertigt. Ab da können wir denn sofort. Versprochen. Ich bin jetzt so zocker, das Zeug in den Ofen zu tun, Bernd. Was? Ich bin jetzt so zocker. Ich hab alles da reingetan. Achso. Du denkst also nur, weil du der Einzige in Höhlen bist, dass du hier irgendwie Anspruch hast. Der Ambos ist kaputt gegangen. Haben wir noch ein bisschen Eisen? Nö. Der Ambos. Nein, wo habe ich jetzt das Pferd hingepackt? Gut, okay, denn bis morgen. Tschüss. 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 Ich hab die Kamera. Sie sch Electronaut. Ausat autreément. Ausat. Ausat. Ausat.